Musik Hallo. Hallo. Wie heißen Sie? Ich bin die Melina Jemetz. Wie alt sind Sie? Ich bin knackige, 27. Sind Sie schon verheiratet? Nein, bin ich noch nicht. Haben Sie Kinder? Auch noch nicht. Lieblingsmusik? Habe ich tatsächlich keine, ich höre einfach alles ein bisschen gern, je nachdem wie meine Stimmung ist. Haben Sie einen Lieblingskleidungs-Style? Ja, ich lege ganz gerne einen Blazer an in der Schule und schöne Schuhe, ich habe nämlich auch ein bisschen ein Schuh-Tick und ja, sonst schien es einfach etwas Bequemes dann. Wie ist das Kollegium? Mir gefällt es ganz gut bis jetzt an der Schule, jetzt bin ich ja erst seit sechs Wochen da, aber bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Warum sind Sie Lehrerin geworden? Ich muss sagen, als Kind habe ich schon in der Schule gespielt, da war ich dann schon immer die Lehrerin und wie ich dann selber in die Schule gekommen bin, hat mir das einfach so getaugt und dann wollte ich einfach nochmal aus der Schule raus sein. Was lieben Sie an Ihrem Job? Ja, auch die Arbeit mit den Kindern gefällt mir ganz gut und einfach die Wissensvermittlung, dass ich ihnen etwas beibringen kann, was sie dann vielleicht auch später auch brauchen können. Was machen Sie so am liebsten in Ihrer Freizeit? Ich reise gerne, lesen da ja ganz gerne, wandern, bei uns gibt es ja ganz viele Sachen, da wo man hinwandern kann und ja, mit Freunden treffen. Wann geht ein Schüler zu weit? Bei mir geht ein Schüler zu weit, wenn er keinen respektvollen Umgang mehr mit mir hat. Genau. Was würden Sie Ihren Schülern für die Zukunft verraten? Natürlich, dass sie fleißig sind und immer Gewissen auf der Schule mitmachen, aber sie sollen sich nicht selbst so stark unter Druck setzen. Ich glaube, das ist eher nicht förderlich. Danke. Bitteschön. Bitteschön! Bleibяти cope! Geko, letztenパル, das Schärfen! Vielen Dank.